Sobald du morgens aufwachst, siehst du vermutlich nichts als Kabel vor deinen Augen. Denn der Tag zur Abschlussprüfung für IT-Systemelektronikerinnen und Elektroniker rückt immer näher. Damit bei deinem großen Schritt raus aus der Lehrlingszeit nichts schiefläuft, haben wir dir in diesem kurzen Video die Antworten auf die wichtigsten Fragen vor der Prüfung zusammengefasst. Los geht's! Wie ist der Aufbau der Prüfung? Die Abschlussprüfung für IT-Systemelektronikerinnen und Elektroniker besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil findet im vierten Ausbildungshalbjahr statt, der zweite am Ende der Berufsausbildung, also in der Regel im sechsten Ausbildungshalbjahr. Da die Prüfung Teil 1 während der Ausbildung stattfindet und die Prüfung Teil 2 am Ende, spricht man bei der Abschlussprüfung Teil 1 auch von der Zwischenprüfung. Beide Prüfungen, also Teil 1 und Teil 2, fließen in die Gesamtnote der IT-Abschlussprüfung mit ein. Sowohl Teil 2 der Abschlussprüfung als auch das Gesamtergebnis, bestehend aus Teil 1 und Teil 2, müssen mit der Note ausreichend bestanden werden, damit du den Abschluss auch schaffst. Dabei fließt Teil 1 mit 20% in die Gewichtung der Gesamtnote mit ein und Teil 2 mit 80%. Welche Themen kommen in der Prüfung dran? Kommen wir nun zu den einzelnen Themenbereichen für die Prüfung Teil 1 und Teil 2. Die Abschlussprüfung Teil 1 ist bei allen IT-Berufen gleich aufgebaut, während sich die Inhalte der Abschlussprüfung Teil 2 je nach Ausbildungsberuf und Fachrichtung stark unterscheiden. Somit hast du in Teil 1 der Abschlussprüfung die gleiche Prüfung geschrieben, wie die Fachinformatiker aller Fachrichtungen, die Kaufleute für IT-Systemmanagement oder die Kaufleute für Digitalisierungsmanagement. Einheitlich müssen Prüflinge aus allen IT-Berufen in Teil 1 der Abschlussprüfung nachweisen, dass sie in der Lage sind, einen IT-gestützten Arbeitsplatz einzurichten. Nach der Überarbeitung der Ausbildungsordnung im Jahr 2020 wurden die Themenfelder IT-Sicherheit und Datenschutz im Rahmenplan deutlich ausgebaut. Falls du Teil 1 der Abschlussprüfung noch nicht hinter dich gebracht hast, schau dir unbedingt unser Video zur Abschlussprüfung IT-Berufe Teil 1 an. Dort werden die Themen und der Ablauf genau behandelt. Hier schauen wir uns nun Teil 2 der Abschlussprüfung genauer an. Dieser Teil der Abschlussprüfung wird in der Gesamtnote mit 80% gewichtet und wird wiederum in Abschnitte Teil A die praktische Prüfung und Teil B die schriftliche Prüfung eingeteilt. Die mit Abstand wichtigste Prüfung ist Teil A, deine Projektarbeit, die mit 50% in der Gesamtnote gewichtet wird. Dieser Teil ist etwas komplexer, da er deine praktischen Fähigkeiten und dein Verständnis der Arbeitsabläufe testet. Du musst zeigen, dass du das Erstellen, Ändern oder Erweitern von IT-Systemen und von deren Infrastruktur eigenständig vornehmen kannst. Hier ist das Üben von praktischen Fällen unerlässlich, ansonsten wirst du die Prüfer nicht von dir überzeugen können. Schau dir alte Prüfungsbeispiele an, mache Praxistests und das Lösen von Problemen ist dir sehr wichtig. Je mehr du praktizierst, desto sicherer wirst du dich fühlen. Der Ablauf der praktischen Prüfung sieht folgendermaßen aus. Als erstes wählst du ein Projekt in Abstimmung mit deinem Ausbilder aus und erstellst eine Projektbeschreibung. Dazu gehört eine Zieldefinition und Zeitplanung. Die Projektbeschreibung reichst du dann vor dem Prüfungsausschuss zur Genehmigung ein. Danach führst du die Projektarbeit im Betrieb durch und dokumentierst diese mit praxisbezogenen Unterlagen. Achte bitte darauf, dass die Projektarbeit inklusive der Dokumentation nicht länger als 40 Stunden in Anspruch nimmt. Im zweiten Teil folgt die Präsentation deiner Projektarbeit und im Anschluss das Fachgespräch. Die Präsi und das Fachgespräch haben jeweils eine Dauer von höchstens 15 Minuten. Schau dir auch unbedingt unsere Videos zur Präsentation und dem Fachgespräch in der mündlichen Prüfung an. Diese haben wir dir in der Videobeschreibung verlinkt. Alle diese Bestandteile haben Einfluss auf die Bewertung deiner Projektarbeit und somit deiner Gesamtnote. Die drei schriftlichen Prüfungen, welche zum Teil zwei der Abschlussprüfung zählen, heißen Installation und Service an IT-Geräten, IT-Systemen und IT-Infrastrukturen, Anbindung von Geräten, Systemen und Betriebsmitteln an die Stromversorgung und drittens Wirtschafts- und Sozialkunde, kurz WISU genannt. Diese Bereiche fließen nach der neuen Prüfungsordnung zu jeweils 10% in die Gesamtnote ein. Wirtschafts- und Sozialkunde ist im Grunde wie bei allen IHK-Ausbildungsberufen aufgebaut und enthält Prüfungsfragen zu allgemeinen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Zusammenhängen aus der Berufs- und Arbeitswelt, VWL, BWL und so weiter. Nun hast du einen guten Überblick darüber erhalten, wie sich die Abschlussprüfung für IT-Systemelektronika zusammensetzt. Damit du dich optimal auf die Abschlussprüfung vorbereiten kannst, empfehlen wir dir unsere Bücher, Online-Kurse und Apps mit den passenden Lerneinheiten. Und Prüfungsfragen zur Abschlussprüfung für IT-Systemelektronikerinnen und Elektroniker. Solltest du noch Fragen haben, schreibe sie uns gerne in den Kommentaren und abonniere unseren Kanal. Viel Erfolg bei deiner Prüfung wünscht dir dein Plagos-Team. Cabine Cabine Untertitelung des ZDF, 2020